Da meinst du gerade, da kommt ja einer in Blitzer, die sich durchstrahlt. Ich glaube, dass die Karte überhaupt zusammen haben. Da musst du jetzt nicht weit runter machen. Ja, und da geht's ja ein Motorradführerschein oder ein Pickeligführerschein? Pickeligführerschein! Oh! Wie schnell? Ja. Hier geht's mal 170. Ja, aber auch. Da geht's nicht mehr, wir sind 50. Ja, das geht nicht. Das ist auch so. Da geht's ja 100. Da geht's ja 100. Da geht's ja 1.000. 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 Da geht's ja mit N 식으로 6.000. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen, die wir hier sehen. Wir laufen noch die Runde und haben die auch mal die erste Runde. Die Runde ist sehr schön, die Runde ist sehr schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.